Ja, hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal und zwar mit einer schlechten Nachricht. Das ist jetzt gerade kurz vor zwölf und ich habe mich dann nochmal hingesetzt und mir gedacht, Mensch Leute, ich möchte euch informieren über das, was hier gerade in der Modding-Community passiert. Und zwar hat Take-Two, wie schon des Öfteren, bei Leuten aus der Modding-Szene, ja, entweder mal einen Hausbesuch gemacht, was sie in der Vergangenheit auch schon in Deutschland gab oder eben Anzeige erstattet. Und das Ganze ist jetzt gerade passiert mit dem Tool Open4. Kennt ihr bestimmt, Open4, ja, erwähne ich bestimmt auch das ein oder andere Mal in meinen Videos. Und Open4 war ein Tool oder ist ein Tool, ich rede schon so, als wäre es weg, das gibt es ja noch, aber beschränkt, womit man die GTA-Dateien editieren konnte, Fahrzeuge einfügen konnte und so weiter. Ihr seht jetzt gerade hier den Beitrag von Good NTS. Das ist der Lead Developer von dem Tool aus Russland und der schmeißt sozusagen hier in diesem Beitrag das Handtuch. Er schreibt, der Tag, als GTA-Modding illegal wurde. GTA-Modding hat eine lange und glorreiche Geschichte. Seit GTA 3 und so weiter gibt es verschiedene Mods und so weiter und bis jetzt war alles eine Grauzone. Und nun gibt es wirklich eine Anzeige gegen den Entwickler. Hier, Strictly, Following of Civil Code in Russia, also im Moment, hier erklärt er, was sie bis jetzt eigentlich eingehalten haben, dass sie sich immer an das Gelten der Recht in Russland gehalten haben und so weiter. Auf jeden Fall haben sie jetzt am 5. Juni eben ein Entschreiben bekommen, womit ihnen untersagt wurde, weiter dieses Programm zu entwickeln. Und sie haben sich gedacht, sie können vor Gericht gehen, machen sie aber nicht. Und somit ist dieses Projekt jetzt eingestellt. Wenn ihr jetzt Open 4 startet, kommt ein Fenster und ihr sollt updaten. Das habe ich mal gemacht. Und ihr seht diese Nachricht. Open V was discontinued to take to this adaptive request. Und uninstall now wäre natürlich jetzt deinstallieren oder uninstall later. Dann klickt ihr drauf und dann geht es noch weiter. Dann könnt ihr ganz normal das Programm benutzen. Viele sagen auch gerade auf Twitter, ist ja nie nicht das neueste Update. Das habe ich schon gemacht. Vielleicht muss ich das nochmal, vielleicht ist es scheiße. Ja, ich weiß es gerade selber nicht. Hier seht ihr Open 4, wie es noch aussieht oder aussehen kann. Und ja, dann geht es natürlich noch weiter. Ich möchte euch bitte aufrufen zu unterstützen, also einige Sachen zu unterstützen. Und zwar diese Petition hier, die habe ich mal hier aufgemacht. Und zwar geht es darum, Save Open 4. Das habe ich auch schon unterschrieben. Jetzt sind es gerade 326 Unterstützer. Ich refreshe das Ganze mal. Und jetzt haben wir 385. Also sind schon mal wieder 60 mehr. Ich werde euch die ganzen Links in die Videobeschreibung packen. Hier geht es auch darum, dass eben Aufmerksamkeit, oder wie soll ich sagen, es soll eben aufmerksam gemacht werden darauf, dass dieses Tool für uns in der Modding Community das A und O ist. Und es gibt es seit über 10 Jahren das Ganze. Und jetzt schieben sie dir einen Riegel vor. Man kann es nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich rechtlich absolut in Ordnung, zu sagen, Modding ist illegal. Aber Take-Two bitte, Mann. Warum macht ihr das denn? Wir haben so viel Spaß. Mein ganzer Kanal baut darauf auf. Ich setze mich jeden Tag stundenlang hier hin und setze mich mit Mods auseinander. Und habe wundervolle Leute kennengelernt. Und wirklich viele, viele tolle Erfahrungen gemacht. Und auch mit dem Gameplay, das ich zeige. Und ohne dieses Tool wäre das nicht möglich gewesen. In dem Rahmen, das nehmen sie uns jetzt weg. Das ist für mich ein starkes Gesicht. Auch ganz besonders, die ganze Modding Community muss jetzt erstmal klarkommen darauf. Man weiß nicht, werden auch weiter noch Leute irgendwie angeschrieben oder verfolgt. Ich denke mal, dass wir mit Rage Plug-and-Hook und Script-Hook da weniger Probleme haben sollten. Aber alles, was wirklich in die Innereien oder die Organe von GTA angreifen, wie Open 4 zum Beispiel, das ist auf jeden Fall schon ein anderes Kaliber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Das weiß ich nicht. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ich zukünftig euch da auf dem Laufen halten soll. Ich werde dann immer so kurze Videos machen und vielleicht mal ein bisschen drüber berichten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Take-Two schreiben. Dazu rufe ich auch auf. Macht das bitte. Wenn ihr Englisch könnt, schreibt hier eure Namen rein. Also zumindest, ich denke mal, es wäre nicht schlecht, wenn ihr da richtige Angaben macht. Nicht jetzt gerade, wenn ihr gecracktes Spiel habt. Ja, also sollte schon alles legal sein. Und schreibt einfach rein, wie enttäuscht ihr seid, dass euch die Chance genommen wird. Ihr habt ja das Game gekauft. Ihr habt ja auch ein Recht, mit diesem Spiel zu tun, was ihr wollt. Natürlich gibt es auch Terms of Services und die Privacy Policy, wo es natürlich darum geht, dass eben genau sowas verboten ist. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Leute, wir sind im Jahr 2017. Ja, hier geht es nicht mehr darum, irgendwas zu cracken oder irgendwelche Sachen umsonst aus dem Internet runterzuladen. Ich habe mein Spiel gekauft und ich habe dafür bezahlt. Und ich möchte damit auch tun und lassen, was ich möchte. Ich kann mir auch ein Auto kaufen und es tunen, solange das alles legal ist. Und ich denke, ich zu Hause hier mit Open4 habe bis jetzt eigentlich nur coole Sachen damit gemacht. Ich habe coole Videos gemacht. Ich habe tolle, tolle Sachen entwickelt. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe eine Community um meinen Kanal gegründet, die sich nur damit beschäftigt. Und das ist ziemlich mies so. Ich finde, die machen uns da einiges kaputt. Und das tut mir wirklich weh so. Ich finde es echt schade. Ich bin echt traurig und auch entsetzt. Auch ganz besonders, weil mein YouTube-Kanal davon ja auch lebt. Also das ist natürlich auch eine essentielle Frage bei mir. Was passiert, wenn das jetzt illegal wird? Dann ist hier sowieso vorbei. Also das will ja irgendwie keiner. Dann hier nochmal der Twitter-Account von Open4. Und ihr seht hier, schreiben sehr viele Leute auch hier. Crunchy Taco, ein ganz bekannter Script da. Also zumindest in der Modding-Community auch hier. Google Open4. Und dann danach hier. Also es gibt schon so ein paar Memes. Hier wieder verlinkt die Change-Sache. Hier dann das Forum-Topic. Hier muss ich mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, wann ich es aufgemacht habe. Aber wir hatten vor zwei Stunden 267 Replays im Forum von GTA. Jetzt haben wir 310. Also ihr seht in der Community, da geht es rund. Da ist richtig die Helle los. Die Leute drehen auch ein bisschen durch so hier im Forum. Ich weiß nicht, wohin es geht, die Reise. Ich hoffe, wir gehen da mit einem blauen Auge raus. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Schreibt mir mal eure Meinung und Kommentare dazu in die... Ja, also unter das Video hier bitte. Auf dem Video gibt es auch keine Werbung, weil das ist Schwachsinn. Ja, ich will hier gar nichts bewerben und kein Geld damit verdienen. Da geht es jetzt wirklich um eine Message, die ich mal raushauen möchte. Und bitte hatet jetzt mal nicht Rockstar. Rockstar hat damit gar nichts zu tun. Das sind die Spieleentwickler. Take-Two ist der Publisher. Das sind zwei verschiedene Firmen. Die haben auch zwei verschiedene Konzepte, wie sie dann umzugehen haben mit der Community. Take-Two ist hier gerade der Arsch, um das mal so zu sagen. Ich habe sogar auch Leute von Take-Two kennengelernt in München, wo ich Mafia 3 angespielt habe. Das sind alles nette Leute und Angestellte. Aber die Rechtsabteilung von denen macht meiner Meinung nach sehr viel Scheiße. Und die PR-Abteilung als auch die Geschäftsführung in den USA, damit bin ich absolut unzufrieden. Das gefällt mir gar nicht. Und deswegen Leute, unterschreibt bitte hier bei der Petition, bei Change und schreibt dir nochmal einfach nur, also jetzt wirklich sachlich, in kurzen Zeilen, wenn ihr es nicht ganz gut könnt in Englisch, was ihr davon haltet. Es kann nur was passieren, wenn wir jetzt was tun. Und wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen und gleich reagieren, deswegen mache ich auch das Video, weil ich denke, das ist wichtig, dass ich meine Reichweite auf YouTube dazu nutze, um aufzurufen, hier zu unterstützen. Ich hoffe, mir folgen auch weitere deutsche YouTuber, ob das jetzt Standardskill und Uncrimex ist und so weiter. Die benutzen alle dieses Tool. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die es tun. Vielleicht sehen sie das Video, unterstützt es doch bitte, teilt das Ganze oder macht ein eigenes Video darüber. Würde mich sehr freuen. Weil das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Und wer jetzt nicht merkt, dass es Zeit ist, mal was zu tun, hat meiner Meinung nach, ja, keine Ahnung. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mehr deutsche YouTuber dazu was sagen. Und ihr könnt euch auch gerne in den Kommentaren äußern. Also jetzt sei jetzt kein, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn jetzt die Leute kein Video machen, ist auch scheißegal, ne? Aber ich fände es richtig cool, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen zusammenrücken und sagen, okay, pass mal auf. Da hängen wir alle dran, ja? Das ist für uns alle wichtig. Ich bedanke mich. Eure Meinung und eure Gedanken dazu bitte in die Kommentare. Ansonsten schaut doch mal auf Discord vorbei, da können wir uns auch gerne unterhalten darüber. Ich bin draußen. Auf Wiedersehen. Ich bin draußen.